Na, wie war's heute in der Schule? Hm, ganz gut. Mathe ist wieder ausgefallen. Mathe? Schon wieder? Ja, Frau Meier sagt, in diesem Schüler kommt auch niemand mehr. NRW ist ein tolles Land. Meine Heimat. Aber wir haben zu große Klassen. Nicht genügend Lehrer. Ständig fällt Unterricht aus. Unsere Schule ist kaputt. So haben wir keine Zukunft. Es geht doch um uns. 51 Prozent der Familienunternehmer in NRW würden mehr Azubis mit einer besseren Vorbildung einstellen. Wirtschaftliche Kompetenz wird in der Schule nicht mehr vermittelt. Unter Rot-Grün haben sich die Kenntnisse der Schüler verschlechtert. Wir sind doch die Fachkräfte von morgen. Uns reicht's. Seit Jahren liegt NRW auf den letzten Plätzen im bundesdeutschen Bildungsvergleich. Trotz sinkender Schülerzahlen betreuen zu wenig Lehrer zu viele Kinder. Insbesondere in der Berufsschule. Hier muss in NRW ein Lehrer durchschnittlich fast 40 Schüler betreuen. Wie haben Sie das geschafft, Frau Kraft? Während Spitzenreiter Thüringen mit der Investition von 8.300 Euro pro Jahr und Schüler die Tabelle anführt, liegt NRW sogar weit hinter dem Bundesdurchschnitt zurück. NRW gibt nur 5.900 Euro pro Jahr pro Schüler aus. Warum spart NRW an uns, Frau Lörmann? Ohne Bildung haben wir keine Zukunft. Und darum fordern wir, NRW muss zurück an die Spitze.